Jo moin Leute, Stefan hier vom Weekend Warrior Shop bzw. World of Paintball. Heute wieder mit einem von meinen Basic Tutorial Anleitungsvideos. Dieses Mal geht es darum, was gibt es im Paintball? Sub-Air, Mag-Feed, Woodland, Szenario. Eine kurze Erklärung von mir. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran und bis gleich. Jo moin. Einmal geht es los mit dem Video. Was gibt es für Paintball-Arten? Was ist Paintball? Wissen ja alle wahrscheinlich hier, man schießt mit Gelatine-Kugeln aufeinander, die mit Lebensmittelfarbe gefüllt sind, um quasi den Gegenüber zu markieren. Meist in zwei Teams. Das Ganze kommt aus dem Wald, daher ist Woodland Paintball, Szenario Paintball so die Grundform. Zwei Teams gegeneinander im Wald, Capture the Flag. So der Standard eigentlich, oder Team Deathmatch, das, was so meiner Meinung nach als erstes im Paintball da war. Und halt auch so der erste und auch immer noch großer Bereich. Das ist, auch es gibt halt unterschiedliche Bereiche, die werde ich euch gleich erzählen. Das ist immer mal über die Jahre das eine stärker, dann das andere stärker, wie auch immer. Das nächste, als es quasi aus dem Wald rausging für Paintball, kam dann irgendwann Speedball. Speedball quasi. Das Feld, beide Seiten links, rechts identisch. Hier startet das eine Team, da startet das andere Team. Jeder hat quasi bis zur Mitte, bis zur Fifties dieselben Deckung. Keiner hat irgendeinen Vorteil. Das Spielfeld ist relativ klein. Ich glaube 38 mal 48 Meter. Also halt nicht unendlich. Das Feld ist dann auch vorgeschrieben. Du hast meist Deckungen, die aussehen wie Tonnen, Zylinder, so in dem Ding, große Doritos. Damit ging es eigentlich los. Der nächste Step war dann quasi das Hyperballfeld. Das ist vom Aufbau her genau dasselbe. Nur mit großen Röhren gibt es noch viel in der USA. In Deutschland hat es GoPainball, glaube ich, so eins stehen. Ich weiß nicht, wer sonst noch. Und irgendwann wurde daraus das Sub-Air-Paintballfeld. Sub-Air-Paintballfelder hatten zu Anfang quasi immer noch die aufblasbaren Deckungen, die ja von der Form her auch Tonnen sind. Oder Doritos. Waren immer mit Schläuchen verbunden. Dass man halt wie bei so einer großen Hüpfburg überall gleich viel Luft drin hatte. Mittlerweile sind es einzelne Systeme. Und du kannst jede Deckung einzeln auffüllen. Beliebig hinstellen, wo du magst. Das ist das heute bekannte Sub-Air-Paintball, auf dem auch Liga gespielt wird. Auf dem auch Turniere gespielt werden. Dazu wichtig. Turniere werden mittlerweile auch wieder im Wald gespielt. Da gibt es die Woodland Classics, sollen jetzt in diesem Jahr kommen. Ja, das sind einmal so quasi die Arten. Dann gibt es natürlich immer noch das Mac-Feed-Paintball. Was ist Mac-Feed-Paintball? Mac-Feed-Paintball, da wird der Markierer mit einem Magazin befüllt. Hier habe ich ein V2-Mac für eine T15. T15 steht da im Hintergrund. Da passen 20 Schuss rein. Manchmal, es gibt auch bei der T15 30 Schussmagazine. Eigentlich ist sowas in dem Bereich 20, 30 Schuss gängig. Das ist dann quasi Mac-Feed. Du hast explizit das Magazin und auch den Nachlademechanismus. Kann man auch im Wald spielen. Haben wir auch schon auf dem Sub-Air-Feld gespielt. Macht halt auch alles Spaß. Normalerweise spielst du quasi auf dem Sub-Air, aber eher so wie hier. Die ETA 2 mit elektronischem Hopper. Hopper Games halt hier oben passen 160, 150 Schuss rein. Hier habe ich jetzt einen elektronischen Abzug. Woodland-Szenario-Paintball ist darauf nicht festgelegt, dass man jetzt sagt, okay, du brauchst einen mechanischen oder einen elektronischen Markierer oder du brauchst ein Magazin oder Hopper. Das ist immer sehr individuell. Da kann man alles spielen. Eigentlich ist es nur bei Mac-Feed so, dass du meist Mac-Feed-Only-Games hast. Manchmal dann quasi den MG-Schützen mit einem Box-Mac oder dass der dann halt einen Hopper dabei haben kann. Ab und an sind auch mal je nach Spiel Tech-Cap-Hoppers zugelassen. Hopper, die dann quasi 40, 50 Schuss fassen und nicht mehr. Das ist immer sehr individuell. Da muss man schauen. Es gibt auch nicht irgendwie, ich würde jetzt nicht sagen, das eine macht mehr Spaß, das andere macht weniger Spaß. Früher, als wir angefangen haben zu spielen, Hennakai und ich, haben wir Woodland-Paintball gespielt, waren im Wald unterwegs. Und das hat eine ganze Zeit gehalten. Ich weiß jetzt nicht, wie lange, ich will jetzt nicht lügen. Aber irgendwann haben wir uns relativ zügig dann ein Speedball-Feld zugelegt damals, weil es halt wirklich, du warst halt sehr taktisch unterwegs. Du kanntest die Deckung, jeder konnte halt irgendwo sein. Jede Deckung hatte halt eine andere Möglichkeit, was auszurichten, irgendeine Position zu locken oder halt mehr oder weniger Druck zu machen. Das Teamplay war halt sehr im Fokus. Das hatten wir dann relativ schnell hin. Ja, und dann ging es ja halt quasi weiter mit Sub-Air-Feld. Und aber auch die Adventure-Felder gingen auch immer weiter. Das sollte man halt nicht vergessen. Macht halt alles Spaß, hat alles, denke ich, seine Vor- und Nachteile und hat auch alles seine Zeit. Man hat mal eine Zeit, wo dann viel Sub-Air gespielt wird, dann wird viel Mac-Feed gespielt, dann wird viel Woodland gespielt, dann wird viel Speedball gespielt. Gerade ist ja auch immer viel so ein Classic-Back-to-the-Roots-Hype, dass die Leute halt dann quasi viel wieder Woodland-Szenario spielen oder halt Mech-Sachen. Deswegen habe ich letzt gesehen, da hatte sich jemand danach erkundigt, warum es denn ein Mech-Upgrade für eine GTX 170R oder auch eine CS2 geben sollte. Das elektronische ist doch das Geile. Aber das Mech-Spielen macht halt auch Bock, das darf man nicht verkennen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video einen kleinen Einblick geben. Woodland-Szenario, Speedball, Hyperball, Sub-Air, Mech-Feed, Hopper-Feed, was, wie, wo, warum. Dass jeder einmal die einzelnen Begrifflichkeiten kennt. Wenn ihr da noch Fragen zu habt, unten in die Kommentare rein. Wenn es euch gefallen hat, drückt gerne den Daumen hoch. Für mehr Videos, egal ob Reviews, Tests, irgendeinen Quatsch, den wir machen oder auch immer, abonniert gerne unseren Kanal. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und bis dann. Ciao.